Es scheint, dass Nacho Figueras, der Polo-Kumpel von Prinz Harry, sich stillschweigend von der Netflix-Dokumentation über den königlichen Ausreißer distanziert. Dies ist derselbe Nacho, der Harry einst öffentlich unterstützte und herzlich über ihre Bromance sprach. Nun deuten Gerüchte darauf hin, dass Nacho das Rampenlicht in Harrys bevorstehendem Netflix-Projekt mit Polo-Thema meidet. Kürzlich präsentierte Nacho auf Instagram seine atemberaubende neue Polo-Anlage in der malerischen Pampas-Region Argentiniens. Es ist ein beeindruckender Anblick mit elegantem Design, weitläufigen Stellen für 44 Polo-Pferde und sogar Pferden, die auf Dächern grasen. Die Anlage strahlt Luxus aus, die Art, die man von einem Polo-Star erwarten würde, dessen Frau zufällig sagenhaft reich ist. In der Zwischenzeit dachte Harry wahrscheinlich, er hätte mit seiner Heirat mit Meghan einen goldenen Treffer erzielt, doch die Realität traf ihn schnell und hart. Wie sich herausstellte, war eine ehemalige E-Star-Schauspielerin nicht ganz die Finanzkraft, die er sich vorgestellt hatte. Die Polo-Anlage ist ein architektonisches Wunderwerk, gebaut aus langlebigem Beton und einheimischem Holz, mit ruhigen Wasserspielen und einheimischen Gräsern, die das Dach schmücken. Es ist alles sehr anspruchsvoll und glamourös. Im krassen Gegensatz dazu scheint der Dokumentarfilm, an dem Harry arbeitet, weitaus weniger luxuriös zu werden, insbesondere angesichts der Gerüchte, dass Natscha nicht einmal möchte, dass sein Filmmaterial dabei ist. Die Ironie liegt auf der Hand, Harry und Meghan, die scheinbar ständig auf der Suche nach Gratisgeschenken sind und den Handel bevorzugen, haben möglicherweise die Unterstützung eines ihrer engsten Verbündeten verloren. Was ist mit der großartigen Harry-Nacho-Bromance passiert? Könnte es sein, dass Natscha und seine Frau Delfina Blick für die endlosen Gefälligkeiten und Eigenwerbung, für die die Sussexes bekannt sind, endlich durchschaut haben? Natschos glamouröses Leben scheint auf Hochtouren zu gehen, ohne dass Harry und Meghan mitmachen. Apropos Delfina, es scheint, dass ihre Freundschaft mit Meghan nicht so eng ist, wie es einmal schien. Gerüchten zufolge waren die beiden Polo-Ehefrauen in letzter Zeit nicht so gut befreundet. Delfina wurde gesehen, wie sie ihr bestes Leben in den Hemdens führte, als sie mit Gwyneth Peltrow an einem Go-Bob-Abteil nahm, während Meghan, wie gewohnt, nirgends zu sehen war. Könnte es sein, dass Delfina erkannt hat, dass Meghan nur eine Freikarte für eine Buchveranstaltung und einen matschigen Olivenölkuchen anbieten kann? Das ist nicht gerade die Art von leistungsstarkem Networking, die man von jemandem mit Meghans angeblichem Einfluss erwarten würde. Zusätzlich zum Drama floriert Gwyneth Peltroscope Imperium und erhielt kürzlich eine beträchtliche Investition für ein neues Go-Kitchen-Unternehmen. Unterdessen wird Meghans schwerfassbare Marke bereits umbenannt, bevor sie überhaupt auf den Markt kommt. Wenn das nicht den anhaltenden Kampf der Sussexes, Relevanz zu bleiben, widerspiegelt, was dann? Und vergessen wir nicht das unerbittliche Schmähen. Mittlerweile hätten Harry und Meghan Prestige und Chancen in ihre Kreise bringen sollen, aber es scheint, dass sie das Gegenteil bewirken. Anstatt andere hervorzuheben, bitten sie ständig um Gefälligkeiten, vom Wunsch nach Filmmaterial für ihre Netflix-Dokumentation über das Ausleihen von Ponys für Polo-Spieler bis hin zur Bitte um Shoutouts in den sozialen Medien. Die Sussexes haben die Kunst des Nehmens, Nehmens, Nehmens perfektioniert, ohne jemals etwas zurückzugeben. Es ist keine Überraschung, dass Menschen wie Delphine und Nacho berichten zufolge auf Distanz gehen. Was haben sie wirklich davon? Ein Olivenkuchen und der Spitzname einer Polofrau? Nicht gerade ein fairer Handel. Es scheint also, dass sogar Nacho mit seinen fantastischen neuen Polo-Anlagen erkannt hat, dass es vielleicht doch nicht der beste Karriere-Schritt ist. Mit seinem Wagen zum Sussex-Zug zu fahren. Während Harry und Meghan in Montecito darum kämpfen, relevant zu bleiben, leben Nacho und Delphine ihr bestes Leben in Argentinien und den Hamptons, scheinbar ohne die Notwendigkeit ihrer königlichen Freunde. Könnte dies der Beginn einer weiteren Freundschaft zwischen den Sussexes sein?